hallo willkommen zum ramshop 24 youtube channel heute möchte ich euch ganz kurz unsere solid core combat pistol vorstellen und zwar ist das ja das ist ein bisschen unerwartet in anführungsstrichen weil diese waffe eigentlich nicht für den in anführungsstrichen kommerziellen verkauf geplant war sondern ich habe einfach wie alle mac fett spieler irgendwie seit keine ahnung anderthalb jahren nervt mich das dass ich irgendeine riesengroße tippics mit mir rumschleppen soll oder ich komme irgendwo hin und versuche mit einer 43er p99 die irgendwie nicht läuft zu arbeiten oder weiß der geier wie gesagt ich habe wirklich eine große auswahl an kurzwaffen gehabt aber irgendwie habe ich das alles nicht so richtig befriedigt ich habe etwas gesucht was sagen wir mal schlank ist und führig was ich noch gut an der weste irgendwo befestigen kann und es sollte eine reine backup geschichte werden also da ist wirklich ich sehe das halt da relativ praktisch also ich würde es mal sagen viele erwarten natürlich von ihrer ausrüstung dass sie halt auch noch keine ahnung günstig muss super aussehen mega verarbeitung ultra präzision und 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 ich denke meine backup ist eine backup ich habe meine primärwaffe mit der ich arbeite und mit der ich in nun alles erledige aber wenn da halt mal irgendwas nicht klappen sollte oder ich dann doch mal irgendwie keine munition mehr habe oder in irgendeine situation eingeengt werde hätte ich halt doch gerne backup war für die funktioniert und da ist mir das eigentlich sekundär vollkommen wurscht wie die aussieht und was die tut hauptsache die funktioniert und schießt gut so und da bin ich jetzt lustigerweise auf eine ja ganz seltsame kunststoffpistole getroffen die mir aber so gut gefallen hat von der idee her dass ich gesagt habe kommen es gibt nichts anderes auf dem markt lassen uns das ding einfach mal reinholen und die war eigentlich für unser team bestimmt also das solid core team hat diese diese waffe im gebrauch oder sollte die jetzt in gebrauch nehmen und ich habe halt wie gesagt nie geplant die zu verkaufen weil das einfach so teuer ist mit der ganzen zulassung und die wartung ist unheimlich schwierig hat das ding ist keine ahnung also wie gesagt es war nicht geplant jetzt langes gerede zeige ich euch mal die waffe ich erzähle dann gleich noch ein bisschen was dazu also wie gesagt die kommt hier in einem sehr schönen plastikkoffer also wenn plastik dann alles plastik aber ist wirklich ganz cool gemacht wir haben die halt hier gebrandet sind halt so eine limited edition weil wir das war halt halt für unsere team mitglieder gedacht und haben die waffen alle eine einzelne nummer das ist jetzt hier die nummer eins das ist jetzt meine das ist quasi die erste von denen die die hier irgendwie legalisiert wurde in anführungsstrichen die dinger haben auch ein f wir haben die zugelassen alles logischerweise also ist dann ist keine einzelzulassung wir haben also eine richtige serienzulassung für die dinger allerdings war es halt wie gesagt nicht geplant die in in größeren stückzeilen irgendwie in umlauf zu bringen also wir haben die wie gesagt für ein paar sicherheits ausbilder mit unter anderem auch reingeholt und das war halt eher auch sagen wir so eine spontane aktion ja jetzt habe ich aber im forum wie gesagt mit mehreren leuten darüber diskutiert und die haben ja alle geschrieben und jetzt hieß es bitte bitte wenn du doch ein f was kannst du doch verkaufen egal ob das ding teuer ist mach mal so das mache ich jetzt also wie gesagt die waffe ist jetzt in anführungsstrichen verkaufsfähig wir haben deswegen auch die jetzt eingestellt im shop also momentan spielt der waffe halt irgendwie alles ja sagen wir mal es gibt vor und nachteile ich würde mal so sagen ich habe bei der waffe wirklich nicht aufs geld geachtet das hört sich jetzt so arrogant an aber es war mir einfach egal ich habe mir gedacht ich kann mir auch mal was gönnen als shopbetreiber und macht das jetzt so viele jahre da ist mir ist das wurscht was es kostet ich will die haben und wir haben wirklich lächerliche stückzahlen davon reingeholt also wir haben jetzt glaube ich irgendwie für die zulassung fünf stück gehabt eine davon liegt bei der behörde die ist schon mal futsch dann hat die ganze zulassungskosten und so weiter dass jeder der das macht weiß wie teuer das ist also das ist eigentlich unbezahlbar die dinger sind so schon schweineteuer im einkauf und die ganzen transportkosten und so weiter das kann man im grunde genommen gar nicht beziffern wenn man damit irgendwie geld verdienen will müsste man die für was weiß ich fünf sechshundert euro verkaufen ja was natürlich kein mensch bezahlen würde zumal das jetzt nicht irgendeine richtig geile hartmetall waffe ist ja sondern das ding ist komplett aus plastik aber ich muss sagen ich habe mich so damit angefreundet und die ist absolut super gut die waffe und hat eine so geile präzision und durch dieses 50er kaliber kann die einfach alles was sie soll also die so wie sie gebaut ist das hat wirklich jemand sich durchdacht oder gedacht wir bauen da jetzt was das war eigentlich ursprünglich für selbstverteidigungszwecke gedacht das ganze oder halt sollte so werden diese art irgendwie wird auch in anderen ländern so vertrieben wobei man halt über die waffe nichts findet das ist wirklich unheimlich schwierig also selbst der kontakt zum hersteller war ein krampf und auch an so ersatzteile oder so kommt man nicht ran deswegen graut mir das eigentlich die zu verkaufen weil ich ja irgendwie zwei jahre gewährleistung darauf geben muss ich bin da ganz ehrlich ich wollte eigentlich so nicht in umlauf bringen aber gut wir machen das jetzt einfach mal ja das ist die waffe wie ihr seht im vergleich zu meiner hand ist das unglaublich schlank das ding ist auch dementsprechend leicht ist halt wie gesagt alles oder fast alles irgendwie so kunststoff aber trotzdem geil gemacht das teil ist eine nachahmung von der qsz 92 9 das ist eine chinesische pistole also die gibt es wirklich das ding gibt es in echt ja und die haben das teil eins zu eins umgesetzt was ich ganz cool finde ich finde es auch witzig dass die nicht irgendein fabrikat irgendwo aus dem ausland kopiert haben sondern wirklich mal ihr eigenes ihr eigenes produkt da nachgebaut haben das ding ist abgefahren also ich kann nichts negatives darüber berichten außer dass sie halt teuer ist und minimalistisch sagen wir es mal so das konzept ist ganz einfach das ist wie gesagt so ein hat polymer also extrem stabiler kunststoff die hält eine ganze menge ab also das ist jetzt nicht irgend so ein pilz plastik sondern es ist schon echt hochwertig sie hat eine ganz normale sicherung die funktioniert so wie sie funktionieren soll was ich sehr angenehm finde das magazin fast sieben schuss im kaliber 50 ich zeige das jetzt mal hier also im lieferumfang ist wie gesagt so ein magazin dabei paint und zwei co2 kapseln und ein kleines päckchen an goodies die ich noch dazu gepackt habe wie gesagt solid core waffen ist natürlich bedienung dabei aufkleber ein solid core patch und ein kleines armband und ein paar aufkleber so und wie gesagt das magazin fast sieben schuss ist also ganz schlicht gehalten also man merkt dass es wirklich hier eine kleinstauflage unter einfachsten mitteln war aber das ding kann wirklich eine menge also durch dieses 50er kaliber haben wir natürlich eine relativ hohe präzision es hat mehr gewicht als ein 43er geschoss und auch eine bessere flugbahn ist wesentlich stabiler wir haben leider keine 50er powderballs beziehungsweise ich komme an welche heran aber es ist unheimlich teuer immer noch alles weil es halt in so extremsten kleinserien halt produziert wird aber es eine sinnige sache weil ich meine dieses 50er kaliber ist das größte was man sagen wir mal in der handwaffe handfeuerwaffe noch irgendwie realisieren kann dass das ding noch relativ normal aussieht es gibt ja auch scharfe waffen im 50er kaliber also wie gesagt das ist eine coole idee hat so niemand verfolgt also das ist mir bekannt die einzige bekannte 50er sagen wir vernünftige kurzwaffe in anführungsstrichen ja der rest ist halt irgendwelche kinderspiel kram diese jt splat master wie dieser schrotter heißt ja das kann man komplett vergessen mit fehlerbrück und so weiter aber die dinge die haben richtig wumms hier also wie gesagt wir mussten die auch drosseln um die zugelassen zu kriegen weil die geht wirklich knapp an die an die sechseinhalb sieben jul jetzt so wie sie umgebaut haben also das ding hat power ist nicht zu unterschätzen also und die die 50er geschosse fliegen sehr präzise sehr gerade und es macht echt spaß damit zu schießen also muss ich ehrlich sagen egal wie hässlich das ding ist ist schon eine coole nummer und naja vom handling ist es auch ganz interessant auf der einen seite mag es den ein oder anderen dann nerven aber ich finde die idee ganz witzig und zwar ist das hier mal ein komplett anderes system in anführungsstrichen man hat nämlich hier ganz konventionell natürlich die die 12 gramm co2 kraft sind damit wird betrieben aber ihr habt hier ein ganz interessantes schnell ladesystem und zwar man hat hier so ein splint ja der die man rausnimmt also besser wenn ihr die waffe das erste mal spannend habt ihr halt hier diese diesen kleinen stopfen der hat hier ist das ding untergefallen eine sekunde er hat hier so verschiedene kleine löcher ich hoffe man sieht das wo man hat den splintern da einführen kann hier ist ein kleiner dorn der sie kapsel wird dann von unten angestochen die wird also kopfüber in die waffe eingesetzt und dafür habt ihr dieses kleine teil hier das ding setzt ihr da ein drückt dann quasi eine extrem starke feder zurück und steckt dann hier in eins dieser löcher diesen splint rein ja das heißt das ding ist vorgespannt und ihr müsst also die co2 kapsel nicht nicht anstechen durch einschrauben der ganzen geschichte sondern wenn ihr den splint zieht ich zeige euch das mal ich kann es auch mit einer scharfe co2 kapsel machen ist ja wurscht also ihr habt hier zum beispiel ganz normal hatte sogar angestellt habe ich noch eine frische dabei wird also ich jetzt super vorbereitet eine sekunde schon mal eine frische so jetzt führe ich euch mal vor wie man den co2 kapsel einlegt die andere war eben leer die ich hatte das ein bisschen blöd so also wie sagt ihr seht ihr jeder stoßboden der muss nach oben der kommt einfach hier rein dann kommt dieser vorgespannte mechanismus da rein der wird ganz einfach eingeschraubt und so passiert jetzt noch gar nichts das finde ich eigentlich ziemlich cool weil ihr habt jetzt quasi das ist halt eine ganz normale double action geschichte ihr könnt natürlich auch single action vorspannen aber der abzug ist naja was heißt ein halbtraum aber das ist schon okay er tut was er soll ist jetzt keine keine bombe also da brauchen wir gar nicht das irgendwie schönreden es funktioniert einwandfrei er hakt nicht so sehr aber geht schon ja und wie gesagt jetzt ist das coole an der ganzen geschichte wenn ihr jetzt die waffe geladen habt ja sie müssen hier ganz normal die munition reinstecken einziger kleiner nachteil muss ein bisschen aufpassen hier in der seite ist dieser auslöse dort der quasi die spannung von der feder nimmt beim magazin wenn die vorgespannt ist wenn ihr das jetzt reinsteckt und verkantet das dabei und haut da oben gegen kann es passieren dass die kugeln auslöst also da muss man so ein bisschen bisschen aufpassen müssen vorsichtig einführen so nach unten im winkel aber wenn man das einmal geübt hat dann kann man das eigentlich ganz gut und noch ein weiterer punkt am magazin ist was ich ganz geil finde wenn ihr drauf drückt hält er das magazin erst mal und erst wenn ihr los lasst kommt es dann raus das ist eigentlich ganz abgefahren muss man sich auch dran gewöhnen aber es ist ganz witzig durchdachte geschichte ja so könnt ihr steuern wann das magazin rausfällt finde ich ganz gut gemacht also rein drückt ihr wie gesagt das geladene magazin rein der die kapsel ist drin alles ist fertig und ihr steckt das ding jetzt so in eure weste die waffe passt in fast alle standard holster ein was sehr sehr geil ist ich versuche jetzt irgendwie noch so ein kydex holster dafür herstellen zu lassen oder wir lassen jetzt gerade in einer kleineren serie welche machen die werde ich dann auch im shop anbieten wenn ihr eine haben möchte ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne selber was basteln so und der coole futter ist ganz cool das ding ist super schlank also ihr habt es quasi an der weste und es ist wirklich oder beinholster da wie ihr wollt es ist wie eine wie eine schafe sie ihr seht von der von der größe also von der dimension ist das ding wirklich sehr sehr handy und die ist vor allem jetzt nicht geladen also sie ist nicht nicht scharf in anführungsstrichen ja ihr könnt also wenn jetzt die munition drin ist und so weiter habt ihr das ding jetzt in einem in einem wirklich sicheren zustand a und b wenn ihr nicht die nicht braucht im spiel und fahrt danach wieder nach hause macht ihr einfach wieder auf holt die 12 gramm co2 kapsel raus und alles okay ihr müsst also nicht die kapsel verschwenden ihr müsst keinen unnötigen druck auf der waffe lassen während des spiels was ich auch super finde weil so schont ihr die dichtung also der ist wirklich nur in dem moment wo ihr es braucht macht ihr das ding halt scharf und benutzt sie halt auch dann ansonsten habt ihr halt keinen druck auf der waffe und keine belastung also finde ich schon mal ein ganz ganz geiles system ja also wirklich nicht nicht schlecht gemacht so und dann würdet ihr halt rein wenn ihr die waffe dann scharf machen wollte sie habt sie quasi in der weste ihr könnt zum beispiel auch dieses diesen kleinen haken so habe ich es bei mir gemacht ich habe an der weste einfach so eine fang schnur und da habe ich den diesen bolzen halt dran diesen splint das heißt entweder ich reiß die waffe einfach ab wenn ich sie aus der weste raus ziehe und das ding ist scharf oder ich ziehe es ab und der splint baumelt dann an meiner weste so verliere ich den nicht also ist eigentlich ganz witzig und nimmt einfach diesen splint zieht den ab so das war's schon jetzt ist die waffe scharf kommt da wie gesagt er hängt an einer weste der steckt ihn ab oder was auch immer und jetzt ist das ding scharf also wenn ich jetzt natürlich hier ist die sicherung ganz normal dann passiert gar nichts wenn ihr jetzt in sichert achtung ihr hört schon da ist richtig schmackes hinter ja und halt null ladehemmungen keine probleme nichts bisher also ich habe jetzt noch nicht die mega chancen gehabt das teil jetzt intensiv zu prüfen aber so ist schon ganz anständig also wir haben schon etliche tausend schuss raus gemacht und null probleme ist halt auch sehr ergiebig dadurch dass sie halt kein blowback hat und es sind alles fehlerquellen also ich sehe das da wie der entwickler ja also kein schi schi das ding soll funktionieren und wenn ihr ein problem seid ist es das letzte was ihr noch habt das ist eure backup das ding wird scharf gemacht und dann habt ihr einfach noch mal je nachdem wie viel magazin ihr dabei habt oder selbst das nachladen geht easy also magazin raus einfach die die murmel reingedrückt schnell könnt ihr auch relativ schnell nachladen oder ihr habt halt noch ein paar satzmagazine dabei ja ist eigentlich ein abgefahrenes ding wie gesagt als händler ja nicht so doll ja weil ihr seht hier ist nichts groß an wartungsmöglichkeiten in anführungsstrichen ja das ist halt wirklich hier mit primitivster technik mit irgendwelchen splinten gesichert aber das muss ja nicht euer problem sein wie gesagt wir haben keinerlei ersatzteile dafür wir bekommen jetzt auch in erster linie keine ich habe keine ahnung wir müssen uns da halt irgendwie weiterhelfen ich gebe euch natürlich die zwei jahre gewährleistung muss ich ja und möchte ich auch also wir versuchen euch dazu helfen aber das wird noch eine interessante geschichte also wie gesagt das ding ist abgefahren und wer es haben möchte kann es kaufen ich möchte das nicht euch nicht vorenthalten ist wirklich eine tolle pistole und einzigartig so auf dem weltmarkt und wie gesagt mit deutscher zulassung mit f im fünfeck alles vollkommen legal und ist definitiv eine coole waffe also überlegt euch genau ob es haben wollte oder nicht sieht das bitte nicht aus der sicht um man das ist aber teuer und dafür eine plastikwaffe und so weiter das ist wirklich ein luxusartikel also wer es haben will kauft sich einfach und hat spaß damit und genießt es und ich dann nicht groß rum wie gesagt das ding macht genau was soll ist echt effektiv ja ansonsten gibt es eigentlich mehr viel zu sagen ja die waffe ist wie gesagt kommt in den kleinen körperchen was ich ganz schick finde zubehör ist dabei alles andere wie gesagt ist dann mein problem mit der wartung und so weiter das müssen wir dann halt irgendwie in ordnung bringen aber wobei ich auch nicht denke dass die waffe besonders anfällig ist hat hier auch wieder so eine kleine so einen kleinen öse drin um eine fangschnur anzubringen was ich auch ganz cool finde und hat wie gesagt dieser selbstverteidigungs gedanke war eigentlich dass man die dinge halt mit diesen 50er chili geschossen nimmt und das teil dann quasi ins nachtschränkchen legt halt in einem fertigen zustand ohne dass sie halt was macht und dann wenn man halt ein problem mit dem einbrecher oder irgendwas hat zieht man den splint und hat sofort eine schussbereite waffe finde ich eigentlich eine ganz geile idee findet halt hier in deutschland wahrscheinlich nicht statt weil das ja alles sagen wir mal nicht ganz so einfach ist rechtlich aber rein theoretisch wenn es zum beispiel was weiß ich angst vor hunden hat oder keine ahnung hat das ding dann irgendwie so auf seinem privaten befriedeten besitzung vielleicht findet er da auch irgendwie eine anwendungsmöglichkeit für aber ich denke mal in allererster linie ist das ding wirklich für für paintball spieler ja also für uns ist das echt eine coole sache und gerade jetzt hier die ram freaks oder mac fat freaks so wie bei uns wir haben uns halt wirklich die nächte um die ohren geschlagen und überlegt und gemacht und getan wo man hat irgendwie eine coole waffe herbekommt und es ist einfach momentan eine bescheuerte situation also es gibt wie gesagt keine pistolen die vergleichbar sind und ich finde dieses 50er kaliber extrem interessant ich habe mit einigen spielfeldbetreibern gesprochen und die haben gesagt ja kein problem wir haben zulassung für 50 und 68 also 50 scheint wohl definitiv wesentlich gängiger zu sein als 43 natürlich muss das immer noch mal abklären mit den betreiber aber 50er paintball ist ein 50er paintball ja wie gesagt wir sind dann daran arbeiten jetzt gerade gummigeschosse gibt es auch 50er wobei da muss ich sagen wenn ihr 50er gummigeschosse verwendet dafür hat also zum einschießen und so weiter müsst ihr aufpassen weil die sind ein bisschen dünner als die paints und im magazin rutschen die manchmal durch also ideal funktioniert sind mit mit den mit den paints wir haben da sehr ganz guten lieferanten gefunden in usa der die dinger produziert und wie gesagt da haben wir auch genug im shop das ist auch nicht teuer und ich würde euch empfehlen damit einfach mit paint zu spielen ja das ist wie gesagt hier unsere 50er solid core combat pistol und wer eine haben möchte wie gesagt kann sie gerne bei uns kaufen wir haben noch welche im zulauf ich habe jetzt noch mal welche nachbestellt ansonsten haben wir jetzt auch noch ein paar auf lager wobei ich schon einige vorbestellungen halt hatte jetzt per facebook und ich denke mal die wird relativ schnell ausverkauft sein aber es kommen neue ja wie gesagt die dinger sind sind bestellt sollten in wenigen wochen hier sein ja das war unsere 50er combat pistol